Freunde ihr habt ja schon ein 50 Kabel Opening gesehen, das ist die Server laufen wieder und ich habe gedacht Freunde, lassen wir uns in die Lumpen machen, wir machen noch ein paar 50 Kabel auf. Die Chance hat man nicht so oft bei FIFA World, ja, Special Packs zu ziehen. Deshalb werden wir die jetzt auch mal nutzen, die Server laufen sehr instabil, das ist aber kein Problem, das kriegen wir schon irgendwie hin. So, wir versuchen einfach nochmal so 5, 6 Stück zu ziehen. Ich werde mir die Tage nochmal ein bisschen gucken, dass ich entweder den Tony verkaufe, dass ich noch ein paar Coins komme. Ach, hier, da, zack, der wäre es, nice, super, sehr gut, das ist gut. Bei FIFA World ist es nämlich so, dass man generell eigentlich nur Scheiße zieht und ich denke mal, ich werde mir noch ein paar Coins holen zum Team des Jahres nachher, also wenn alle rauskommen am Wochenende. Es lädt ziemlich lange, kann ein gutes oder schnelles Zeichen ein, kann ein gutes Zeichen, 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 ein gutes Zeichen. Ah, mein fucking Gott. Oh mein Gott. Schon wieder, in Form, Team des Jahres und normalen... Oh, das gibt's nicht. Das gibt's echt nicht. Das ist unmöglich, Freunde. Es passiert hier gerade was, was normalerweise nicht passieren darf. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Oh, ich hab nicht mal lange Zeit, ich muss gleich nämlich, ich hab gleich, ich muss gleich weg. Und ich hab grad durch Zufall nur gesehen, 50 K-Sets. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das, das fühlt sich nicht echt an. Es fühlt sich grad echt nicht echt an. Was ist denn hier los? Vor allen Dingen, es lädt lange, ist es ein gutes oder... Wieder im nächsten Pack, im nächsten Pack in Form. Oh nein, die Server sind wieder abgeschmiert. Oh nein. Ich muss das Spiel wieder neu starten. Okay, Freunde. Wir sehen uns gleich wieder, ja. Wir sehen uns gleich wieder. Nicht abschalten, ich starte kurz das Spiel, aber wir sehen uns gleich wieder, Freunde. So, Freunde, wir sind wieder da. Zwei Innenformer? Ich hab das Pack grad... Das ist ein Duplikat und... Oh, ich muss mich jetzt beeilen. Zwei Innenformer in einem Pack. Was geht mit diesen 50 K-Sets denn? Was ist denn mit diesen 50 K-Sets kaputt? Leute, Leute, Leute. What the fuck? Wir machen noch 3-4 auf. Ich hab echt keine Zeit mehr. Ich muss eigentlich schon weg sein, aber diese 50 K-Sets... Ich kann nämlich... Ich komm dann nämlich erst dann wieder, wenn die 50 K-Sets ausgelaufen sind. Das ist grad mein großes Problem. Aber wir haben fucking... Vier Innenformer gezogen. Team des Jahres Groß und Team des Jahres Iniesta, Alter. What the fuck? What the fuck? Auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole. Heilige Scheiße. Oh, das lade ich heute Abend direkt noch hoch, Alter. Es kommt... Und Lewandowski. Ja, natürlich. Alter, was geht denn gerade ab? Was geht denn gerade ab? What the fuck? Was sind denn das für Packs? Holy moly. Mir geht gerade richtig der Stift vorhin, ne? Ich werde mich die nächsten 48 Stunden nicht mehr beruhigen können. Costa, nein. Alter. Sorry, dass ich hier gerade so durchrush, aber es muss jetzt sein. Wenn ich mir diese Scheiß-Coins jetzt wegkriege, ist mir scheißegal. Dann... Dann... Die Iniesta brauche ich sowieso nicht. Den verkaufe ich sowieso. Und dann... Es sind die Coins auch ganz schnell wieder da, Freunde. Boah, ist das krass. Es ist so mega krass, ne? Hätte ich gestern bloß mal nicht so viel gezogen. Hazard! Eden Hazard! Was ist denn los? Es eskaliert gerade völlig. Es eskaliert gerade völlig. Natürlich, Eden Hazard. What the fuck? Oh, ich versuche nebenbei ganz dicht ans Mikro anzugehen. Ich hoffe mal, meine Stimme... Nächster In-Form. Und wieder Silber, alter. Ich bin völlig am Shaken, alter. Mir geht gerade hier alles auf Grundeis, alter Vater. Dass ich die Maus überhaupt noch richtig bewegen kann, ist schon teils ein Wunder. Ist schon teils ein Wunder. In-Form. Und... Davi-Silber in einem fucking Pack, ey. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist wirklich In-Form-Sanchez zum Beispiel. Das wäre so einer, wo ich sagen würde, der will mir nochmal richtig... Oder natürlich, klar, Doti. Aber wie unwahrscheinlich ist es denn, bitteschön, jetzt noch ein Team des Jahres zu ziehen, nachdem ich schon zwei gezogen habe. Wir haben noch fünf Packs. Die ziehen wir jetzt auch noch, beziehen die Coins einfach runter, erkenne ich nichts. Ich... So nur setze ich mich ja acht Stunden hin und trade, damit ich wieder Packs habe für den Sturm. Ist mir auch egal. Ist mir auch egal. So, nächstes 50k-Set. Und? Okay. Nichts Gutes, nichts Gutes, okay. Nehmen wir so hin. Ich darf mich auch nicht beschweren. Ich habe zwei verfickte Team des Jahres schon gezogen. Fünf... Vier oder fünf Informer. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Alter. So, und genau jetzt, in dem Moment, muss ich eigentlich weg sein, ja. Das heißt, jetzt habe ich einen Termin. Aber guck mal, immer ein bisschen später, Freunde. Was ist nicht alles... Was ist nicht alles wert? So, zwei Packs noch schnell durchziehen. Komm schon, Freunde. Jetzt bitte nicht mehr abstürzen. Und... Okay, Pedro da drin gesehen. Okay, Pedro ist okay, ja. Und das letzte Pack, Freunde. Das letzte Pack. So, das letzte Pack. Das letzte fucking Pack. In diesem heftigen Pack-Opening. Okay, war jetzt nicht so gut. Ah, Freunde. Was war das? Was war hier gerade eben los? Was haben wir denn bitte alles gezogen? Was haben wir auf einmal alles gezogen? Wo kam das denn alles her? Und die Server sind abgeschmiert. Egal. Freunde, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ja, bitte. Postet dieses fucking Video. Zwei Team des Seasons. Äh, Team des Jahres. Komm, ich bin völlig fertig. Ich sage einfach nur noch Tschüss, Freunde. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einfach einen Daumen da für dieses fucking geile Pack-Opening. Wir haben eine Million oder so geöffnet. Oder noch mehr. Keine Ahnung. Was wir rausgekriegt haben. Der fickte Scheiß ist 80.000 Mal mehr wert. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.